Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Endlich ist es soweit, die Drogerie wechselt wieder ihr Sortiment. Und heute starten wir mit dem ersten Teil des Catrice Updates Frühling-Sommer 2023. Ich weiß nicht, dass wievielte Video das mittlerweile auf meinem Kanal ist, aber es ist wieder soweit. Und ich habe das Ganze wieder in zwei Videos aufgeteilt, weil wir sehr, sehr viele Produkte aus ähnlichen Kategorien haben, die ich euch unbedingt zeigen möchte. Und damit ich jedem Produkt gerecht werde, wird es einen Teil 2 geben. Das seht ihr dann schon am Mittwoch. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr hattet ein wundervolles Wochenende. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch so ein klitzekleines bisschen Freude bereiten kann mit diesem Video. Da ich mittlerweile weiß, welche Fragen so ein bisschen grob aufkommen werden, die Produkte kommen in den nächsten Wochen, das kennt ihr, es ist immer so ein bisschen zeitverzögert, in die Drogerie. Online findet ihr die Produkte aber schon auf jeden Fall auf der Catrice Webseite und teilweise auch bei den Retailern Pureish, Rossmann. Ich glaube, Douglas hat mittlerweile auch ein paar. Ich freue mich ganz doll und falls ihr Drogerie-Update-Videos liebt, dann abonniert unbedingt den Kanal und aktiviert die Glocke, setzt die auf alle Benachrichtigungen. Denn so bekommt ihr dann auch wirklich die Benachrichtigungen und verpasst das Video am Mittwoch und vor allen Dingen am Freitag nicht. Denn dort testen wir sehr, sehr ausgiebig die neue Foundation. Ihr seht das, ich habe nur Pflege im Gesicht. Es ist noch sehr, sehr früh, aber ich habe die Produkte jetzt hier seit, ich glaube, vor Weihnachten und ich kann nicht mehr warten. Ich kann nicht mehr warten. Ich möchte sie euch zeigen und deswegen hüpfen wir direkt rein. Mir ist in diesem Update auch ganz besonders aufgefallen, dass es viele Produkte gibt, die auf den Fokus Haut und Lippen und Wangen haben. Also wenig für die Augen. Es gibt, glaube ich, eine Five in the Box, eine neue. Die habe ich tatsache nicht, aber der Fokus ist wirklich auf Lippen. Wir haben unendlich viele Lippenstifte. Wir haben viele Produkte für die Augen, für die Wangen. Es ist eigentlich wie immer ein sehr, sehr komplexes Update. Womit wir starten, ist heute tatsache dem Tinted Serum. Dazu will ich euch noch gar nicht zu viel verraten. Ich zeige es euch nur, wie es aufgetragen ist, denn das ist etwas, was wirklich ein ganzes Video bedarf. Und das habe ich auch schon gedreht. Das seht ihr auch am Freitag dann. Das ist im Prinzip eine neue Foundation, die so ein bisschen in die Richtung Skin Tints geht. Also da ist Hyaluronsäure und Vitamin E mit drin. Und das Ganze sieht auf der Haut wirklich, Spoiler-Alarm, schaut euch das Video trotzdem an, krass aus. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Und ich glaube, sie löste auch die Hyper Hydro Skin Tint oder Hydro Hero. Ich verwechsel das, glaube ich, immer mit Essence Foundation beziehungsweise diesem Skin Tint ab. Und das ist definitiv ein Update. Also das Ding ist bei Weitem was ganz anderes als das, was wir von Catrice bis jetzt gekannt haben. Ich erinnere mich beispielsweise an die Edge Liquid Coverage Foundation. Die gab es ja auch mal in einer Glow-Version. Die hatte aber eine sehr, sehr starke Deckkraft. Auch die hat eine schöne Deckkraft. Die sieht auf der Haut aber viel natürlicher, viel zarter aus. Und hat trotzdem genug Deckkraft, um das ganze Make-up wirklich schön frisch zu machen. Wie gesagt, ich will nicht zu viel darüber verraten, weil das wirklich ganz besondere Art und Weise ist, wie man das aufträgt, wie man das benutzt. Und schaut euch das Video an. Das Produkt macht einfach den krassesten Unterschied. Und jetzt, Freunde, ich habe so ein paar Informationen, Tatsache von Catrice, bekommen. Ganz wichtig, das Video ist nicht bezahlt. Also ich kriege kein Geld dafür, dass ich dieses Video mache. Ich habe Content zum Update auf dem Catrice-Kanal gemacht. Deswegen habe ich auch so ein paar Behind-the-Scenes-Infos, die ihr auch nur hier auf meinem Kanal bekommt. Und nicht auf anderen Kanälen, die Drogerie-Update-Videos machen. Denn es gibt jetzt endlich, und das ist ganz krass, den neuen All-Over-Glow-Tint. Das kommt in drei verschiedenen Farben. Und das ist exakt dasselbe oder dieselbe Formulierung wie die Glow Wands aus der Disney-Kollektion. Das sind ja Dupes gewesen zu diesen Charlotte Tilbury Hollywood Glow Wands. Die gab es ja mit diesem Schwämmchen dran. Üblicherweise sieht das... Oh Gott, ich habe den Schwamm abgemacht. Üblicherweise sieht das so aus. Da ist dann so ein Schwämmchen mit dran. Das hat dieses Produkt nicht, was es für mich 10.000 Mal besser macht. Ich bin absolut gar kein Fan von diesen Schwämmchen. Und ich finde, das ist auch immer so ein bisschen... Weiß ich nicht. Ich mache sie ja auch meistens ab. Das habt ihr gesehen. Das Ganze kommt aber in drei Farben. Und ich swatche sie euch auch einmal. Die Farbe Beaming Diamond. Das ist ein sehr silbriger, aber trotzdem leicht goldener Ton. Wir haben die 020 Keep Blushing. Der hat einen leichten Rosé-Touch mit drin. Ich glaube, da könnt ihr den Unterschied auch gut erkennen. Und wir haben die Farbe 030 Sundip. Im Prinzip könnte ich alle benutzen. Ich glaube, ich würde jetzt aber... Ich mische jetzt einfach mal alle. Ich glaube, ihr kennt mich, ne? Aber ihr seht auf jeden Fall, es kommt in drei verschiedenen Farben. Und je nachdem, wie das Licht fällt, da seht ihr auch den Unterschied. Sundip ist wesentlich dunkler. Was man damit machen kann, ist, entweder das komplett unter die Foundation beziehungsweise diesen Skin-Tint geben oder ihr tragt es einfach punktuell wirklich wie ein Highlighter auf. Das ist, wenn ihr die Formulierung aus der Disney-Kollektion schon kennt, wirklich im Prinzip dasselbe Produkt, nur halt jetzt im Standardsortiment. Also wenn ihr die Maleficent oder ich weiß gar nicht mehr, wie sie alle hießen, Produkte nicht bekommen habt, ist das jetzt die Möglichkeit ohne Schwämmchen-Applikator. Der ist sehr, sehr zart. Also ich finde, er sah auf der Hand eben sehr beängstigend aus. Ist er aber nicht. Also der ist nur ganz, ganz zart und hinterlässt, auch wenn er verblendet ist, nur so einen Hauch an Glow. Also das ist nichts, wo man sagt, okay, das ist ein Liquid-Highlighter. Ihr könnt ihn als Liquid-Highlighter natürlich benutzen. Man kann ihn aufbauen, wenn ihr einfach punktuell ein bisschen mehr auftragt. Aber ihr könnt den sehr ebenmäßig so ein bisschen austeilen. Ich finde den Tatsache wirklich am schönsten, wenn man den so ein bisschen in eine Foundation mit reinmischt, einfach um diesen Glow zu kriegen oder drunter zu geben, weil er halt sehr, ja, ich will nicht sagen, er ist zart, ist er ja nicht, aber er ist halt nicht so, dass man ihn wirklich nur als Highlighter benutzen kann. Ich liebe es, den in die Foundation zu mischen und das habe ich auch schon ausprobiert. Ich habe diesen Grinner jetzt schon fast einen Monat hier. Der verändert nicht die Formulierung eurer Foundation. Also wenn eure Foundation super, super matt ist und ihr sie deswegen gerne mögt, weil sie lange hält, könnt ihr das mit reinmachen. Verändert nichts, bleibt trotzdem den ganzen Tag haltbar. Tragt mir mal noch schnell ein bisschen Concealer auf, einfach, dass wir wirklich auch so fast ein Full-Face-Make-up hinkriegen. Ich habe dem Licht und deswegen habe ich das Ganze auch aufgeteilt. Beispielsweise ist das nächste Produkt, was ich hier habe, ein Puder. Und es gibt in dem Update zwei verschiedene Arten von Puder. Einmal eine Powder Foundation, die das absolute Dupe meiner Meinung nach und nicht absolutes Dupe, sondern ein besseres Dupe zu der Fenty Beauty Powder Foundation sind. Denn dieses Schätzchen hält den ganzen Tag, ohne dass es ganz komisch oxidiert. Das ist die 18 Stunden HD Matte Powder Foundation. Die hat Lichtschutzfaktor 15 mit drin. Muss nicht sein. Da ist ein Spiegel mit drin und ihr seht es auch schon, ich habe sie auch schon ein bisschen benutzt. Und hier ist auch so ein kleines Schwämmchen drin. Auch das benutze ich persönlich nicht so gerne. Ihr könnt aber, und das ist ganz, ganz krass, einfach mit dem Schwämmchen hier reingehen und eure Foundation, die ihr schon im Gesicht habt, fixieren. Und dann ist das Ding matt. Also das ist wirklich was, wenn ihr eine sehr, sehr ölige Haut habt für unterwegs. Einfach rauf und das Gesicht ist mattiert. Könnt ihr natürlich auch mit einem Pinsel machen. Ich finde, dann wird es noch so ein bisschen schöner und wirkt nicht ganz so intensiv. Aber das ist wirklich sehr, sehr gut. Ich bin kein Freund von Powder Foundations. So, ich benutze aber gerne Powder Foundations, um mein Make-up länger haltbar zu machen. Und dadurch, dass es, ich glaube, es kommt auch in 16 Farben insgesamt in die Online-Shops, habt ihr wirklich eine gute Möglichkeit, auch so ein bisschen anzupassen. Also wenn eure Foundation vielleicht ein bisschen zu hell gekauft war, muss ja auch jetzt nicht unbedingt diese neue sein, sondern ihr könnt ja auch eine haben, die ihr vielleicht schon zu Hause habt. Dann könnt ihr das damit immer so ein bisschen anpassen. Ich finde, punktuell sieht sogar noch schöner aus. Es gibt wirklich viel Deckkraft. Es ist ein Puder und ich empfehle euch, wenn ihr Powder Foundations benutzt, erstmal sehr viel Pflege und dann sehr viel Setting Spray, damit das ganze Make-up richtig schön frisch wieder aussieht. Und jetzt wichtig, Freunde, Setten. Weil sonst ist es einfach crusty und pudrig. Aber das hat nichts mit dem Produkt zu tun, sondern ich finde, eine Powder Foundation sieht immer crustig und pudrig aus. Einer meiner Favoriten aus dem kompletten Update neben dem Skin Tint die Holiday Skin Bronze & Glow Palette. Es gab ja schon mal den Holiday Skin Bronzer. Der war auch sehr, sehr gut, aber Trust & Believe kommt euch das ein bisschen bekannt vor. Das ist meiner Meinung nach ein Dupe zu der Charlotte Tilbury Filmstar Bronze & Glow Palette. Der einzige Unterschied ist, dass der Bronzer hier drin ein Stückchen wärmer ist und so. Aber ich zeig ihn euch. Ich nehm jetzt hier den fluffigen Pinsel und gehe ganz leicht rein. Ihr braucht nicht viel. Und ich arbeite mir das auch erst in die Hand mit ein und stempel hier ganz leicht nur rauf. Tatsache gerne als so ein Zwischending zwischen Kontur und Bronzer. Geht halt einfach super schnell und wenn ihr es glowy mögt, geht da einfach mit diesem Highlighting Ton zusammen und könnt das dann schon mal hier so ein bisschen rüber gehen. Sehr, 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 sehr gutes Produkt. Funktioniert auch gut als Lidschatten. Dafür werden wir es auch gleich nochmal so ein bisschen benutzen. Aber ihr seht es, es hat eine sehr, sehr schöne Farbe, die bei mir perfekt funktioniert. Aber das Gesicht ist snatched. Alright. Full Coverage Queen today. Wir haben noch was anderes und das sind die Cheek Flirt Face Sticks. Das sind Face Sticks. Obviously. Die man auf den Wangen benutzen kann. Hier ist sogar so ein QR-Code mit drauf. Ich blende euch mal ein, was hier drin ist. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Die kommen in drei verschiedenen Farben. Wir haben einmal die Farbe Rock'n Rose. Das ist so ein sehr, sehr schönes, pudriges Rosé. Wir haben Techno Pink. Das ist wirklich intens. Und wir haben einmal die Farbe R& Peach. Das ist ein schöner Pfirsichton. Auch den werde ich jetzt benutzen. Der ist sehr, 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 sehr cremig. Also das ist ein cremiger Blush. Ich hätte jetzt vielleicht noch nicht unbedingt pudern müssen, aber dadurch, dass ich so viel Setting Spray benutzt habe, sollte das gehen. Einfach hier mit rüber. Und das hinterlässt auf der Haut so ein Glowy Finish. Weil das ist, also es wird nicht pudrig unbedingt, sondern es bleibt einfach so richtig schön. Und wenn ihr eine Puder Foundation benutzt und sie dann settet, dann könnt ihr da auch ohne Probleme rüber gehen. Das sieht auf der Haut aus wie so ein bisschen wie so ein Lippenstift, den ihr benutzt habt. Sehr, sehr frisch, sehr, sehr creamy. Aber der hält. Also der hält wirklich. Und vor allen Dingen gibt es in dem nächsten Video noch ein neues Produkt. Ein Marbled Blush. Und die beiden in Kombination phänomenal. Die Produkte mag ich auch sehr gerne für so No-Make-up-Make-up-Days. Ich finde, das sieht dann immer sehr natürlich aus. Gerade wenn man keine Foundation benutzt oder nur sehr, sehr wenig Foundation benutzt, um das Make-up so ein bisschen auszugleichen, funktioniert der phänomenal. Man kann ihn, glaube ich, auch auf den Lippen benutzen. Dafür haben wir aber so viele Alternativen, dass es gar nicht nötig ist. Wir haben Lippenstifte. Und zwar viele. Ich glaube, es sind wieder zehn. Auf TikTok oder auf Instagram zeige ich euch auch alle auf meinen Lippen einmal drauf. Ich zeige euch aber mal die Farben auch schon mal hier. Wir haben die 010. Das sind die neuen Scandalous Matte Lipsticks. Wir starten mal mit der 10. Die ist sehr, sehr kühl. Geht so ein bisschen ins Grau. Ich finde, in der Kamera sah sie jetzt gerade sehr rosa aus. Die 020 ist wesentlich wärmer. Die 30 geht auch noch so ein bisschen in das nudige Kühl. Auch hier wird es aber so ein bisschen brauner. Also wir haben wirklich geile Farbe. Das sieht in der Kamera ganz anders aus. Da könnt ihr es sehen. So sieht es besser aus. Das sind sehr, sehr kühle nudige Töne. Wir haben die 40. Und die geht eher so ein bisschen ins Pinkigere schon. Also geile Farben. Ja, krass. Und ich finde, dass sie auch gar nicht so ultra matt sind. Also die sind nicht so kreidig matt, sondern die sind so semi matt. Die setten sich auch so ein bisschen von selbst und die halten auch wirklich gut für Lippenstifte. Wir haben die 50. Die geht eher so ein bisschen in das rötliche. Die 60 ist wieder ein bisschen pinkiger, aber so ein schönes alt Rosé. Die 70 ist ein Hot Pink, würde ich schon fast sagen. Oh ja, das wird meine Mutter leben. Geile Farbe. Den als Blush. Die 80 geht so ein bisschen ins Lila Pink. Okay, ich kann mich gar nicht entscheiden. Die 90 ist ein Hot Red. Mag ich gerne. Die 100 habe ich nicht. Dafür habe ich die 110. Auch ein schönes Nude. Ich habe keine Ahnung, welche ich benutzen soll. Mich spricht gerade Tatsache am meisten der zweite Ton hier an. Also ihr seht schon, ihr habt eine Vielzahl an Farben, die sehr vielseitig sind. Also ihr habt klassische Lippenstift-Töne. So dieses Rot, dieses Lila, dieses Rosé, so ein paar beerige Töne und dann diese kühlen Nude Shades, die ich persönlich liebe. Pigment ist da. Ich habe jetzt mal schnell noch einen Lip Liner benutzt und wir starten mit der 020. Sehr, sehr cremig und eine wunderschöne Farbe. Ihr könnt da natürlich dann auch noch heller in die Mitte gehen, beispielsweise mit der 10. Ja, so groß ist der Unterschied jetzt nicht. Oder ihr gebt halt noch so ein bisschen Pinky mit rein. Kann man dann damit antupfen. Also, ich würde sie nicht unbedingt als super matt bezeichnen, sondern ihr seht es, es ist noch so eine leichte Bewegung da. Die fixieren sich ein bisschen und dann halten die auch ganz gut. Aber es ist natürlich kein Liquid Lipstick, sondern es ist ein Lippenstift. Aber ich liebe die Farbauswahl und ich glaube, da ist für jede und jeden definitiv was mit dabei. Das könnte halt meine Lippen-Kombi sein. Ich mag auch dieses Glowy, trotzdem Full Coverage. Es sieht wieder ein bisschen natürlicher aus. Diesen starken Bronzer- und Blush-Effekt, diese nudige Lippe und jetzt geben wir noch was auf die Augen. Da gibt es auch zwei Paletten beziehungsweise drei mit der Five-in-the-Box-Palette, glaube ich. Das ist die Sun Glow Eye & Cheek Palette. Da sind neben vier Lidschatten auch nochmal zwei Produkte für eure Basement drin. Ihr habt ein Blush und ihr habt ein Bronzer. Weites habe ich jetzt schon drauf. Auch hier swatche ich sie euch einmal ganz kurz. Die sind natürlich nicht ganz so krass pigmentiert wie Okay, seht ihr jetzt kaum. Nicht ganz so krass pigmentiert wie Lidschatten. Sie eignen sich aber dafür als Lidschatten so ein bisschen zweckentfremdet zu werden. Deswegen gehe ich auch gleich in den Sun Kissed Bronzer und mische den mit Honest ganz leicht zusammen und stempel mir das hier erstmal in mein bewegliches Lid. Das wird ein sehr natürliches Augenmake-up heute. Ich finde, dass das gesamte Sortiment das ist ganz krass aber ich finde, das ist bei den Sommer bei den Sommer-Updates immer der Fall dass sie sehr reduziert sind. Trotzdem natürlich nutzbar um schöne Make-up-Effekte zu erzielen aber der Fokus ist halt ein ganz anderer. Wir haben leichtere Produkte wir haben zartere Farben wir haben weniger intensive schwere Sachen sondern alles ist so ein bisschen leicht sommerlich und frisch und das mag ich persönlich im Moment ja auch ganz gerne und ich hatte euch ja auch Anfang des Jahres beziehungsweise Ende letzten Jahres so ein paar Make-up Predictions gesagt, was ich glaube was dieses Jahr in den Trend kommen wird und das ist natürlich süß das ist jetzt nichts spektakuläres das ist eine zarte Palette mit zarten Farben für ja ich glaube für den Alltag ist die perfekt es gibt auch noch eine andere die zeige ich euch im nächsten Video die ist ein bisschen kühler da sind dann ist nochmal ein Highlighter mit drin aber es funktioniert es ist cute und man kann damit definitiv gut arbeiten mit meinem Finger gehe ich jetzt hier in die Farbe Golden Hour das ist ein richtig schöner intensiver Ton und misch den so ein bisschen mit Curious an den Übergang und habt ein ganz simples Augenmake-up das ist ein simples einfaches Tagesmake-up wir haben aber noch eine Mascara und das ist die Pure Fall Slash Mascara mit veganem Kollagen und ohne Parfum das Bürstchen ist ganz spannend das ist so ein bisschen gebogen und auf der einen Seite etwas flacher als auf der anderen Seite und das imitiert so ein bisschen einen Finger die macht sehr natürliche Wimpern also das ist wirklich eine Mascara für den Alltag würde ich fast sagen man kann sie aufbauen aber ich trage ja meistens immer nur eine Schicht weil ich finde sonst wird es einfach nicht schön und durch diese verschiedenen Biegungen und Schwingungen in den Bürstchen kannst du hier außen und dann hier vorne auch sehr sehr gut arbeiten die macht zarte Wimpern aber trotzdem schön schwarzen Effekt und das war der erste Teil des Catrice Sortiments Updates ich glaube ihr habt gesehen dass es noch eine Menge zu zeigen wir haben noch Eyeliner in sämtlichen Farben wir haben noch ein ganz besonderes Produkt auf das sich viele von euch mit Sicherheit freuen werden wir haben mehr Fokus auf diesen Skin Tint am Freitag also diese Woche ist wieder komplett im Zeichen von Catrice das Ganze machen wir selbstverständlich auch bei Essence und bei Rivalasmi sobald sich die Updates dort geändert haben schreibt mir aber gerne schon mal eure Favoriten in die Kommentare und welche Produkte euch am meisten interessieren ich bin sehr sehr gespannt und freue mich wenn ihr am Mittwoch wieder zu Teil 2 mit dabei seid bis dahin sage ich passt euch auf bis zum nächsten Mal Tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal przy